Immunische Klänge Das ist ein Mensch, eine Frau Phänomene, Phänomene Ich will mehr, ich bekomme nicht genug Wie du dich bewegst, ist nicht normal. Die anderen Frauen sind mir egal. Eine wichtige Info, heute um 0 Uhr verkünde ich eine kleine Sache zum neuen Song. Also seid bereit, ich freue mich auf den neuen Song und das Cover wird morgen kommen, weil ihr werdet verstehen warum. Vielen, vielen Dank an alle, die in Düsseldorf waren beim Autokino. Ausverkaufte Show, es war wirklich sensationell. Morgen sind wir in Bottrop, auch ausverkauft, ich freue mich und der Fisch ist auch dabei. Hey. Bro, du siehst richtig gut aus. Warte, was hast du gemacht? Okay, wie lange du filmst du mich? Es ist raus, ihr könnt jetzt meinen neuen Song Cinderella, der am 17.07. erscheint, vorbestellen bei iTunes. Swiped up und bestellt euch den Song vor. Ole Ole. Ihr könnt euch Cinderella auch bei Spotify vormerken, dass ihr direkt am Start seid. Also swiped up. Spotify, hey, lasst mich nicht hängen. Ihr könnt meinen Song natürlich auch bei Google Play vorbestellen. Swiped up, lasst uns Gas geben. Team Lombardi, eine Familie, Cinderella, 17.07. Swiped up und bestellt euch jetzt den Song vor. Ole Ole. Leute, bei Amazon gibt es Cinderella natürlich auch. Swiped jetzt ab und bestellt euch den Song vor. So, ich bin nervös, wie immer. Und lasst uns Gas geben. Ole Ole. Null Uhr ist es soweit. Pietros, neuer Song, Cinderella. L-A-E. Ihr wisst, ich bin der einzige Mensch, no joke, der außerdem den Song auch hat. Das stimmt, das stimmt. Und ich kann euch nur sagen, bestellt euch das Ding vor. Es wird diesen Sommer alles außer... Leute, bestellt euch jetzt meinen neuen Song vor, Cinderella. Danke an den Bruder Attila, alias Maestro und Russland. Die haben nämlich mein Coverbild gemacht zu der neuen Single. Vielen Dank, Jungs, ich liebe euch. Ole Ole. Vielen Dank, Jungs, ich liebe euch.